Herzlich willkommen zu Ihren SAK TV Nachrichten. In den letzten des Jahres haben wir diese Themen für Sie. ZVSAK Hauptgeschäftsführer Helmut Bramann zieht erste Jahresbilanz, Sonderareal für Startups auf der ISH und Grohe kooperiert mit der Deutschen Telekom. Helmut Bramann trat Mitte des Jahres sein Amt als Hauptgeschäftsführer des ZVSAK an. Wie er diese Monate nun bewertet, hat er uns im SAK TV Interview verraten. Also ich glaube, ich bin in eine sehr spannende Branche reingekommen, das muss ich wirklich sagen. Hier passiert derzeit sehr viel und ich glaube auch, dass die Schlagzahl sich noch weiter erhöhen wird. Insofern ist es sehr wichtig, das Handwerk da mitzunehmen und auch in der Verbandsorganisation einiges zu bewegen, um sich auf die neuen Entwicklungen und die vielen, vielfältigen Diversifikationen, vor denen wir stehen, auch auszurichten. Für mich persönlich kann ich sagen, ja, ich bin jetzt seit Juli dabei. Ich bin da auch, glaube ich, ganz gut reingekommen. Ich habe ein tolles Team vorgefunden in St. Augustin und in Potsdam und ich denke, wir werden in 2019 mit vielen neuen Angeboten und auch mit einer neuen Aufstellung angreifen. Wir haben auch einen neuen Vorstand gewählt, der jetzt im Prinzip ans Arbeiten kommen wird, auch 2019, der Intensiv. Wir haben Fachressorts gebildet. Wir haben auch eine Agenda aufgestellt, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeht und blicken will, wo wollen wir eigentlich, wo wollen wir, dass unsere Branche insgesamt, damit meine ich auch die gesamte Wertschöpfungskette bis hin zum Point of Sale, dem Handwerker, ja, ich sage mal in drei, fünf Jahren, man muss schon in kurzen Intervallen denken, stehen soll. Da haben wir eine Vision entwickelt und wir werden uns darauf ausrichten und alles dafür tun, dass das auch einigermaßen Realität wird. Was Bramann und der gesamte Verband in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen möchten, ist die Digitalisierung des SHK-Fachhandwerks. Auf dem ISH-Messestand des ZVSHK soll das sichtbar werden. Also auf der ISH werden wir sicherlich eine ganze Menge auch an Neuheiten präsentieren, ähnlich wie auch die Hersteller, die da unterwegs sind, aber wir auch als Verband das, was wir für unser Handwerk entwickeln und anbieten wollen, als Mehrwert, gerade für die Behinderungsbetriebe. Und vieles geht da in den Bereich Digitalisierung. Das sagt auch schon unser Standkonzept und unser Motto, Hashtag, wir vernetzen uns, damit treten wir auf. Und die Vernetzung geht aber, das will ich auch sagen, ein Stück weit über das reine Handwerk hinaus, denn die Vernetzung kann nur funktionieren, wenn sie vom Produkt bis hin zum Vertrieb und Einbau auch gelebt wird. Und das ist unser Ziel. Wir werden neue Angebote haben. Ich meine, eine Sache, die auch schon im Markt ist und sehr gut angenommen wird, aber stetig weiter wächst, an der wir auch arbeiten, ja auch mit Ihnen gemeinsam arbeiten. Jetzt ein Stück weit ist der Open Data Pool. Wir wollen die Daten vom Herstellerbereich über den Handel qualitätsgeprüft an den Handwerker bringen, sodass der Handwerker letztendlich in seiner Funktion als Point of Sale, als Berater auch in Zukunft gut aufgestellt ist. Darüber werden wir weitere Produkte platzieren. Wir werden auch Dinge vorstellen, die in Richtung intelligenter Produkte gehen. Also wir haben ja die besondere Herausforderung, dass sich nicht nur die Prozesse digitalisieren im gesamten SHK-Bereich, sondern auch die Produkte werden intelligent. Wir sind sehr stark engagiert im Bereich Smart Home. Smart Living ist eine Initiative des Wirtschaftsministeriums, die wir sehr stark unterstützen und begleiten, gemeinsam auch mit der Wohnungswirtschaft an der Stelle. Das heißt, da sind wirklich Branchenplayer da und wir haben ein Konzept auch entwickelt, ZV Connect. Das ist auch schon auf der GetNord im ersten Schritt vorgestellt worden. Wir planen das auch weiter auszubauen und natürlich auf der ISH auch einem breiten Publikum vorzustellen. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir sind nicht nur mit unserem eigenen Stand und diesen digitalen Produkten dort unterwegs. Nein, wir werden noch viel mehr zeigen. Wir sind auch mit dem Thema Pflegebad-Bad-Konzepten unterwegs, gemeinsam mit der VDS auch. Aber wir werden da auch Kooperationen zeigen, beispielsweise im Bereich Handwerksgeselle 4.0, ein Forschungsvorhaben, was wir gerade gestartet haben, wo wir zeigen werden, wo es hingehen kann, auch als Auslöser aus dem Open Data Pool in Richtung Virtual Reality, dass eben der Handwerker, der sich auch so eine Brille anzieht, auf der Baustelle schon die entsprechenden Informationen kriegt, eingespielt kriegt. Das ist Zukunftsmusik jetzt, aber wir wollen natürlich Vordenker sein und das werden wir auch auf der ISH zeigen. Ja und wir bleiben bei der ISH. Zum ersten Mal stellt die Messe im nächsten Jahr auf dem Sonderareal Startup at ISH innovative Startups ins internationale Rampenlicht. Den Startschuss gab ein spannender Startup-Pitch kürzlich in Berlin. Eingeladen von der ISH und den Trägerverbänden BDH, FGK, VDS, VDZ und ZVSAK sowie Energieloft, dem Innovationsnetzwerk für Energiethemen, präsentierten sich am 12. Dezember fünf innovative Startups aus der Gebäude- und Sanitärtechnik. Das junge Unternehmen Rista als Gewinner sicherte sich den ersten Standplatz in der Galerie 1 auf dem ISH-Messegelände. Rista ist ein aufstrebendes Unternehmen, das mit einem smarten Sensor Raumparameter erfasst und daraus Handlungsempfehlungen ableitet. Damit hat sich das Unternehmen den ersten Stand auf der Startup at ISH-Area gesichert. Die ISH, so Julia Gebhardt, CEO von Rista, ist für uns alle eine tolle Gelegenheit, die Branche kennenzulernen und wichtige Kontakte zu knüpfen. Besonders überzeugend konnte auch Duschkraft, ein junges Unternehmen für Luftentfeuchter für die Dusche, sowie Wunderblau, ein Startup für Chemie und keimfreie WC-Bürsten. Die wurden dafür mit den Plätzen 2 und 3 ausgezeichnet. Rista und viele weitere Startups aus dem Bereich Gebäude- und Sanitärtechnik werden sich also auf dem ISH-Messegelände präsentieren. Neben dem Austausch im Areal können sich Fachbesucher und Aussteller beim Speeddating, bei der Happy Hour oder beim Startup-Frühstück kennenlernen. Kerstin Vogt, Leiterin der VDZ-Geschäftsstelle, zeichnet sich für die operative Verantwortung im Namen der Trägerschaft der ISH verantwortlich. Sie sagt, mit den zahlreichen neuen Sonderformaten spricht die Messe besonders den potenziellen Nachwuchs für die SAK-Branche an. Hier kommen die etablierten Branchenplayer mit neuen Köpfen zusammen. Davon profitieren letztlich alle. Grohe kooperiert mit der Telekom. Ab sofort lässt sich der Wassersensor Grohe Sense mit der intelligenten Haussteuerung Magenta Smart Home verbinden. Kommen die Sensoren mit Wasser in Bürgern oder fällt die Raumtemperatur unter drei Grad, erhalten alle Nutzer eine Benachrichtigung über die Magenta Smart Home App auf ihr mobiles Endgerät. Der Wassersensor wird auf www.smarthome.de angeboten und zukünftig auch in weiteren Vertriebskanälen der Telekom verkauft. Ja, meine Damen und Herren, das war es nicht nur für heute, sondern für dieses Jahr. Das war Ihre letzte SAK-TV-Nachrichtensendung in 2018. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie uns das ganze Jahr die Treue gehalten haben und wir so viele interessante, erfolgreiche und auch Momente des Umbruchs mit Ihnen teilen durften. Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage, einen guten Rutsch und freuen uns auf ein spannendes neues Jahr mit Ihnen, inklusive ISH. Schon vorher gibt es hier aber Neues aus der Branche und zwar ab dem 7. Januar. Bis dahin Ihnen alles Gute und die besten Wünsche von unserem gesamten SAK-TV-Team. Bis zum Januar. Tschüss.